Auf die Plätze! Am 14. September trafen sich zum 11. Mal zahlreiche Läuferinnen und Läufer sowie sportbegeisterte Zuschauer auf der Schlosswiese zum Bramstädter Brückenlauf. Schnellster an diesem Tag war Viktor Kirsch mit einer Zeit von 16 Minuten 13 auf 5 Kilometer. Aber auch die 10-Kilometer-Läufer lieferten beachtliche Bestzeiten. Wir haben im Grunde genommen traditionell alles beibehalten. Wir haben den 5-Kilometer-Lauf, wir haben den 10,5-Kilometer-Lauf und wir haben natürlich die Läufe in den Schülerklassen über 700 Meter und über 2,3 Kilometer und es sind auch einige über 5 Kilometer dabei. Das heißt, wir haben 300 Starter heute am Start in 5 Läufen und ja, das ist einfach eine ganz tolle Sache, dass immer wieder so viele Läufer dabei sind. Trotz einiger Regentropfen herrschte während der gesamten Veranstaltung eine ausgelassene Stimmung. Trotz einiger Ereignis 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 Trotz einiger Ereignis